Ein brandneues 2025er Modell von Etrusco haben wir hier, nämlich der T6900SB. Wir sind in Pisa auf der exklusiven Händlertagung, wo die ganz, ganz neuen Modelle vorgestellt werden. Und hier möchten wir euch auch dieses ganz neue Modell zeigen und euch ein paar Neuerungen zum Vorgängermodell vorstellen. Ja, wir haben hier das Fiat Ducato Chassis und einen teilintegrierten, genau, zeig einmal die Front, der T6900SB in der Complete Selection Ausstattung. Also wir haben hier eine Länge von 6,95 Meter, eine Breite von 2,32 Meter und eine Höhe von 2,95 Meter. In der Regel für zwei Personen, hier optional für fünf Personen, denn da ist ein Hochbett mit dabei. Wir gehen einmal drum herum, zeigen euch ein paar Details. Wir haben hier auch nochmal das Type-X-Design mit der matten Beklebung, um das Ganze noch sportlicher und futuristischer zu gestalten. Wir zeigen es einmal von hinten. Hier ist in der Sonderausstattung ein Fahrradträger mit dabei, Rückfahrkamera haben wir mit dabei. Und ansonsten, ja, das neue Etrusco-Design in der Complete Selection Edition. Möchtest du hier noch einmal rum? Heckgarage ist da, aber auch die Heckgarage ist richtig schön geräumig. Also zwei Fahrräder passen da auf jeden Fall. Wow, die Akustik hat sich gerade ein bisschen verändert. Ja, optional kann man sich hier auch noch einen Fahrradträger mit einbauen lassen. Das haben wir ja in einem anderen Modell gesehen, wenn man eben nicht den Fahrradträger von außen haben möchte. Steckdose ist mit dabei. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ihr seht auch, hier ist eine Markise mit dabei, ein Anthrazit Grau, Thule Omnistor. Hier auch nochmal eine Serviceklappe. Ich muss mal schauen, ob die offen ist. Ja, die ist offen. Also hier auch nochmal mit Fixierung, damit die auch offen bleibt. Komm, ich schließe mal noch einmal die Heckgarage, dass man auch die komplette Seite einmal sieht. Also ein richtig schönes Design, dieses Type-X-Design. Gefällt mir richtig gut. Und dann gehen wir mal ins Innere. Auch hier nochmal den komfortablen Coupé-Einstieg, wo man sogar mit dem ganzen Fuß bequem draufkommt. Und ja, auch nochmal eine schöne, helle Wohnwelt mit dabei. Fiat Ducato habe ich ja schon genannt. Auch nochmal Fenster über dem Fahrerhaus. Hier haben wir den Fiat 2,2 Multijet, 130 kW, heißt 180 PS. Also hat auch ordentlich was unter der Haube. In der Standardausführung gibt es den mit dem Fiat Ducato mit 103 beziehungsweise 140 PS. Ja, ihr seht da oben auch die Ablagefläche über dem Fahrerhaus. Und auch hier haben wir das neue Multimedia-Paket mit dabei. Und ja, vom Design her kann man hier wirklich sagen, ist auch nochmal richtig schön gemacht. Ich zeig mal gerade hier die Klappen, auch hier nochmal die Touch-LEDs, die man ganz easy einmal aufmachen kann. Schön finde ich auch hier die indirekte Beleuchtung und die ergonomischen Griffe. Also die sind so schön geformt, die gefallen mir auch richtig gut. Soft-Close natürlich, dass alles schön geschmeidig verschlossen wird. Hier haben wir auch das optionale Hubbett mit dabei, das elektrisch, ja, ist elektrisch hoch- und runterfahrbar. Auch mit einer schönen großen Liegefläche, dass wie gesagt bis zu fünf Personen hier gut schlafen können. In dem Modell haben wir auch eine Heizung von Truma, die Truma 6 ist da mit dabei. Und ein Fernseher ist hier auch inklusive, beziehungsweise gehört das zur Sonderausstattung, aber in diesem Modell mit dabei. Gehen wir mal über zur Küche. Beziehungsweise das Hubbett kann man einmal noch zeigen. Hier seht ihr den Schalter, Strom ist an, also variabel verstellbar. Ich muss nur aufpassen, dass da keine Deko mitgenommen wird. Aber hier seht ihr auch die schön große Liegefläche, also richtig bequem. Leiter ist da auf dem Bett und dann, damit man da auch bequem einsteigen kann. Ihr seht auch da nochmal die Touch-LEDs mit dabei und einmal hoch. Dann gehen wir über zur Küche. Hier finde ich auch eine richtig schöne, komfortable Küche. So übers Eck mit separater Spüle und Dreiflammkochfeld. Was wir gehört haben, was auch relativ neu ist, sind diese neue Formsprache hier drin. Genau, diese ergonomischen Griffe, die habe ich ja schon gesagt, die sind richtig schön gemacht. Auch hier nochmal Schubladen mit Softclothes. Genau, da geht es einmal zu. Hier haben wir auch über dem Eck noch einen Eckschrank, der nicht nur für den Mülleimer ist, sondern du hast auch hier die ganzen Anschlüsse, sowie auch nochmal richtig schön viel Platz für alles, was man in der Küche so braucht. Dann hier auch nochmal sehr schön diese indirekte LED-Beleuchtung. Und auch richtig gut ist eben der riesige Kühlschrank, riesiger Kompressorkühlschrank. 135 Liter meine ich, wenn ich mich nicht täusche. Nee, sogar 137 Liter mit Gefrierfach. Also auch hier richtig viel Platz mit dabei. Dann gehen wir über ins ganz neu konzipierte VarioBad. Das 20-25er Modell. Also auch hier glatte Oberflächen, schön viel Stauraum. Ich öffne mal gerade hier, also mit Touch. Hier ebenfalls mit Touch. Und eben dieses Waschbecken, das in einem Guss mit der Oberfläche hier ist. Dann haben wir hier auch noch eine Steckdose natürlich. Ah nee, keine Steckdose, ein Schalter ist das. Kein Wunder, der es nicht aufkriegt. Und die liebe Sandra von Yedrusco hat uns auch gezeigt, dass man das hier mit einer Hand öffnen kann. Easy peasy. Sehr gut. Und dann einmal fixieren. Hier ist schon die Duschbrause mit dabei. Um noch das letzte Stückchen abzutrennen, ist hier auch noch die zusätzliche Wand mit dabei. Und auch hier nochmal Belüftung nach oben. Hier oben haben wir auch noch ein schön großes Fenster. Und komm, dann gehen wir nochmal raus. Ich weise gerade nochmal auf die Stehhöhe hin. Ich bin mit hohen Schuhen so circa 1,80m. Und hier im Bereich des Hubbets habe ich noch Luft nach oben. Und hier auch, also kann ich fast meinen Arm nochmal komplett ausstrecken. Hier auch nochmal Staufächer. Auch sehr schön finde ich den Boden hier so in dieser Yacht-Holzoptik. Auch hier seht ihr überall nochmal die schöne indirekte Beleuchtung mit verbaut. Also hier ein wirklich sehr, sehr schönes, exklusives Modell. Und ich glaube, wir haben sogar noch gar nicht alle Lichter an. Dann gehen wir mal rüber in den Schlafbereich. Hier ist auch ganz neu das automatische System, um das Lattenrost hochzufahren. Und hier, damit man eben auch von oben den Zugang hat. Hier seht ihr auch die Sicherung, aber auch richtig schön viel Platz. Also es ist auch ganz praktisch, wenn man das Bett komplett schon aufgebaut hätte. Dann muss man nicht, also wenn man in den Schrank hier rein will, muss man halt irgendwie hier rumpriemeln und nochmal zurückbauen. Sondern kann einfach hier über die, was ist das, eine Servo, ne? Ja, und dann kann man es auch nochmal. Zack. Zack, ist es wieder kommig. Was mir hier auch auffällt, ist zum Beispiel hier unten auch nochmal zusätzlich Stauraum geschaffen. So wie, ah, da, jetzt. Einmal Stauraum und hier ebenfalls auch nochmal Stauraum, aber richtig viel Platz. Ich glaube, ah, guck mal, hier kann man sogar den Kleiderhaken so ausschieben. Cool. Dann hier auch nochmal schön die indirekte Beleuchtung. Und ich komme hier einfach mal zur Seite. Auch hier die Lichter kann man variabel verstellen. Mit USB. Hier ist auch noch USB mit dabei, damit man auch am Bett sein Handy oder seine jeweiligen Devices laden kann. Hier im Kopfbereich schöne Lederoptik, auch nochmal indirekt beleuchtet. Ablageflächen, Fenster, Vorhänge. Also richtig schön. Ja, und wenn man möchte, kann man das Ganze eben als zwei Einzelbetten nutzen oder herausschieben und dann das zusätzliche Polsterstück einbringen. Und dann hat man da eine schöne große Liegefläche. Gut, dann gehen wir einmal raus. Ich nenne euch auch dann nochmal die Infos im Detail. Von diesem schönen Fahrzeug. Wir haben hier den Fiat 2.2 Multijet, 130 kW, 180 PS. Mit dabei ist Tempomat Klimaanlage und die 16 Zoll Alufelgen Bicolor. Hier in der Complete Selection ist das Komfortpaket, das Type-X-Design mit der Wohnwelt Emilia, die Designapplikation im Heck, Fenster in der T-Haube, Rahmenfenster und das Multimedia-Paket. Außerdem die Vorbereitung für die Dachklimaanlage, die Rückfahrkamera und das TV-Kabel sowie die TV-Halterung. Hier haben wir auch einen isolierten Abwassertank. Und ihr habt ja gesehen, die Fahrrädträger sind hier mit dabei, das Hubbett. Und in den Sitzen ist auch noch Isofix. In diesem Modell haben wir auch noch die Solaranlage. Vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob Flo das noch zeigen kann, sowie die Markise. Vier Meter mit einem anthraziten Gehäuse. Ja, Etrusco stellt die ganz neuen 20-25er Modelle hier in Pisa vor. Wir sind exklusiv für euch vor Ort, um euch einen kleinen Einblick zu bieten. Wir hoffen, die Videos gefallen euch. Wenn ja, dann gib dem noch ein Like oder einen Kommentar. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und denk dran, abonniert German Television. Bis bald!